Hey Leute willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Remake. Wir haben noch einige Zeitquests vor uns und wir werden natürlich in diesem Part weiterhin diese Quests abschließen jetzt weiter. Wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube hier. Ich glaube hier ist Johnny. Hier ist Johnny. Also hoffe ich mal. Das ist eine Nebenaufgabe, eine Nebenstory beziehungsweise. Also keine Zeitquests, sondern halt eine Nebenstory. Ich bin hier falsch. Ja, Bahnhof stimmt. Oh mein Gott. Dann ist er gut. Ja, okay? Ja, aber wenn du mich bleiben kannst, dann könnte ich alles wiederholen. Gut, Glückwunsch da draußen, Johnny. Oh, okay. Du bist gut woanders. Du bist Johnny, nicht vergessen. Oh, ja. Hell, ja, ich bin. Ich bin deine Johnny, Tifa, und nichts wird mich runter. Warum habe ich ein Trophäe bekommen namens Johnnys Bussenfreund? Das klingt irgendwie nicht so ganz toll. Ah, und jetzt? Was haben wir jetzt auch hier für eine Quest? Ah, die Kraft der Musik, genau. Und dann hier die Chocobos. Aber was machen wir jetzt wegen den Juwelen? Das ist ja noch nicht mal ansatzweise abgeschlossen. Ach, du Scheiße. Was ist das für eine Quest? Okay, ich werde mir einen Guide angucken zu dieser Quest. Mal gucken, wir sind nicht mal ansatzweise fertig. Also, wir müssen noch drei Sachen machen, aber es wird ja nicht mal gesagt, was wir machen müssen. Ah, doch, 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 doch. Klar, 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 klar. Natürlich, äh, wir haben jetzt den Schlüssel. Oh, dann müssen wir hier hin. Weil warum ist auf der eingestützten Schnellstraße eine Quest? Wie ja schon immer. Wir haben jetzt ganz sicher den Schlüssel. Müssen wir jetzt zu dem Ort hin. Wie kommen wir in die Kanalisation? Wie kommen wir in die Kanalisation? Oh mein Gott, die Quest, wo ich gerade eben gemeint habe. Da müssen wir hin. Okay. Da können wir aber gar nicht hin. Reingestützte Schnellstraße hieß es. Wo ist das? Wo zum Geier ist das? Ja, doch, an dieser, an dieser eine Ort. Wo ist das? Nein! Eingestützte Schnellstraße. Diese Quest macht mich fertig. Oder ist das hier? Ja. Ja, ja, hier ist, okay, hier ist so eine, hier ist so ein Zeichen. Könnte ich aus Schatzkammer. Okay. Also müssen wir zu den drei Punkten hin. Und eine ist in der Kanalisation. Aber wir kommen hier in die Kanalisation rein. Ich meine, das Einzige, was wir irgendwie machen können, ist, wir müssen sowieso in der Story, müssen wir wieder dorthin in die Kanalisation. Dass wir es dann da machen. Wir müssen quasi wieder den gleichen Weg dann laufen. Da können wir es dann machen. Aber halt nicht jetzt. Und wenn man durch die Kanalisation gegangen ist, kann man auch wieder zurück, by the way. Also das geht schon noch. Ist auch irgendwo ein Chocobo. Oder? Und jetzt müssen wir halt wieder zu dem anderen Punkt hin. Oder warte, ich guck kurz erstmal, wo der andere Ort sein soll. Ist der Magen? Ja, in der Kanalisation. Da kommen wir aber nicht hin. Also natürlich, wir gehen dann per Hauptquest dann wieder in die Kanalisation. Aber man kann nach der Kanalisation, kann man wieder zurück. Da wird einen sogar gefragt, wenn man das verlassen möchte quasi. Da wird einen sogar gefragt, ob man wirklich, wirklich gehen möchte. Also weitermachen möchte. Da müssen wir dann einfach nein sagen. Oder wir müssen einfach in der Kanalisation das dann machen und dann einfach wieder zurück. So einfach geht's. So einfach geht's. Jetzt muss ich halt nur schauen, wo ist denn das jetzt? Das ist hier. Und sonst mache ich mir einfach ein Save-File hier. Wenn wir hier dann quasi alles abgeschlossen haben und in die Kanalisation gehen wollen, mache ich mir einfach ein Save-File, falls wir dann doch nicht mehr zurückkommen. Dass ich das dann einfach nochmal neu spiele. Weil ich habe mir vorgenommen, alle Side-Quests zu machen. Es sind ja aber sowieso nicht so viele Side-Quests. Hier sind es total viele. Vor allem auch viele lange Quests. Aber hat das jetzt als Ding gezählt? Ja, tatsächlich. Okay, also die zwei Punkte sind quasi. Einen Punkt, den wir dann quasi dann abschließen. Ich geh mir nicht auf den Sarg mit einem blöden Save-File. Wie ist das? Also ist es. Ansonsten, lass uns kinder Uhr-File. Wenn man mit dem zu verlieren kommt, ist das über das nachdem. Und wenn man mit dem, dann sollst du übersehren! Das wäre faszin! Das wäre faszin! Wann nicht! Ja! Das war's für heute. 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 Wie viel kann man denn labern, Junge? Tschüss. Tschüss. What am I gonna do now? Hey, I know you. Geheime Medizin. Ja, super, was mach ich da jetzt? Das war's für heute. Ach, du schaff, was ist das? Ach, du schaff, was ist das denn? Das war's für heute. Also erstmal müssen wir zu dem kleinen Mokri. So ein Mokri-Junge und dort etwas kaufen. Dann müssen wir den Mehimeth besiegen und das in einem Untergrundlabor. Das ist ein Untergrundlabor, wo wir in Kapitel 13 waren. Ich habe nur keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ja, wir müssen nach Sektor 7. Ach Gott. Und dann nochmal zur Kirche. Aber ich hole mir gerade die CD, kaufe ich mir mal. Gleich ist es ja die CD, die wir brauchen. Der Mokri-Mörser. Also erstmal zur Kirche. Und dann Sektor 7. Alter. Diese Quests killen mich echt, ne? Vor allem, weil du einfach nicht weißt, was du machen musst. Du musst einfach rumgucken. Das was geht mir immer am meisten auf die Nerven. Wenn man nicht genau weiß, was man tun soll. Doch, bitte reiß da hin. Ja, das ist nämlich Blumen, deswegen denke ich mal ein bisschen. Achso, ich dachte gerade schon, was passiert jetzt. Dann nochmal nach dem Polon Chocobo. Können wir auch nochmal gucken. Das Blöde ist halt, wir haben halt keinen Punkt, wo wir uns hinteleportieren können halt. Ich verarschen. Ich verarschen. Ach, leck mich. Das hat mir sogar schon. Wir haben das vorhin sogar aufgesammelt. Wie dumm. Die ist ein Schindler-Hauptquartier. Wir können leider nicht zum Evergreen Park uns hin teleportieren. Deswegen müssen wir durch die Dinge wieder durchlaufen. Durch den Tunnel. Aber kann man nicht auch theoretisch hier langlaufen? Geht das nicht? Bitte. Hier ist der Evergreen Park. Ja gut, ich meine, rein theoretisch könnten wir uns auch nach da unten zum Warmarket-Eingang und von da aus laufen. Das geht sogar noch schneller. Denn da ist nämlich eine Quest, wo wir auch nochmal annehmen können. Und das ist dann quasi auch noch... Wenn wir quasi die Quest abschließen, haben wir auch noch die letzte Zutat. Und jetzt sage ich die alte Zutat. Und da ist die alte Zutat. Und die letzten zwei Quäste sind auf jeden Fall im War Market. Und eine ist noch hier. Schrei aus der Erde. Und wo ist das fucking Labor? Wir müssen wirklich in das Sektor 7 Labor wieder zurück. Ach so, da hast du gar einen Punkt. Das ist so. Oh. Das ist so. Das ist so. Im Schätzen musst du im Keller und tiefen Stocktür hinabsteigen. Wenn du wieder an die Oberfläche zurück wirst, halt einfach alles gedrückt, ok. Das war's für heute. Sogar ein komplett neues Labor Nee, ist es nicht Sogar ist es Boah wie viel Materie gerade gelevelt ist Boah wie viel Materie gerade gelevelt 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 Boah 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 wie viel Materie Boah wie viel Materie Das war's für heute. 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 Yeah! Yeah! That's how it's done! You took care of those monsters? Oh, thank you. That's one less big problem to worry about. We owe you. I know it's tough right now, but stay strong, you hear? You too, buddy. But hey, we're grounders. We don't break easy. I know it's not much, but take this with my thanks. So, and now we're going to go back to Sector 5. We're going to go back to Sector 5. Well, I'm sorry. Yeah! It's not all I'm done. I'm not going to go. There's a lot of pain. It's not all I'm done. It's not all I'm done. I'm not going to go. Oh, ich sehe nichts. Sprooge! Oh! Hast du alles geholfen, was ich brauchte? Danke. Das sollte mehr als genug sein. Ich kann sehen, warum Aerith sie in dir hält. Keine Angst. Ich nehme es von hier. Du hast bereits mehr gemacht, als dein Geld verdient. Hier. Geh das. Ich bete, dass es in Hand kommen wird. Die Kraft der Musik natürlich auch. Und dann natürlich noch nach den zwei Quests suchen. Sollte aber auch nicht so schwer sein. Sind beide im Wall Market, also. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Final Fantasy 7 Remake. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. 10